Die Highlights des EM-Spiels zwischen Slowenien und Serbien. Am vergangenen Abend fand das mit Spannung erwartete EM-Spiel zwischen Slowenien und Serbien statt. Das Spiel im Stadion Stojice in Ljubljana war ein wahrer Fußballkrimi, der den Fans beider Mannschaften viele emotionale Momente und spannende Spielzüge bescherte. Serbien versuchte erneut das Tempo zu erhöhen und über die Flügel Druck aufzubauen. Ein erster großer Aufreger ereignete sich in der 23. Minute, als Sloweniens Top-Stürmer Miha Zajc nach einem präzisen Pass von Andra Sporgar eine Großchance hatte, die jedoch von Serbiens Torwart Marko Dmitrovic Bravorös abgewehrt wurde. Diese Szene versetzte das Publikum im Stadion Stojice in Aufregung und spiegelte die Intensität wieder, die für den Rest des Spiels zu erwarten war. Serbien ließ sich jedoch nicht unterkriegen und erhöhte den Druck auf die slowenische Abwehr. In der 67. Minute zeigte Serbiens Starspieler Dusan Tadic seine ganze Klasse, indem er durch eine gelungene Einzelaktion den Ausgleichstreffer erzielte. Sein Schuss aus knapp 20 Metern Entfernung ließ dem slowenischen Torwart Jan Oblak keine Chance. Das Spiel wurde nun intensiver und körperbetonter. Zahlreiche Zweikämpfe im Mittelfeld und gelegentliche hitzige Diskussionen zwischen Spielern beider Mannschaften waren zu beobachten. Beide Teams wollten unbedingt den Siegtreffer erzielen, was zu einem Offensivfußball führte, der von schnellen Kontern und spektakulären Spielzügen geprägt war. Die Schlussminuten waren besonders spannend, da beide Mannschaften in den letzten 15 Minuten einen offenen Schlagabtausch lieferten. Serbien schien dem Siegtreffer näher zu sein, als Aleksandar Mitrovic in der 79. Minute nach einer Flanke von Filip Kostic durch einen wuchtigen Kopfball den Ball nur knapp über das Tor setzte. Auf der Gegenseite war es in der 85. Minute der Slowene Josip Ilicic, dessen Freistoß knapp am Tor vorbeiging. In der 90. Minute wurde es noch einmal dramatisch. Ein Angriff der Serben führte zu einer strittigen Situation im Strafraum der Slowenen. Nach einer kurzen Unterbrechung und Rücksprache mit dem VAR entschieden die Schiedsrichter jedoch gegen einen Elfmeter für Serbien. Dies sorgte für hitzige Diskussionen und Unmutsbekundungen auf der serbischen Seite. Mit einem Endstand von 1 zu 1 endete das Spiel schließlich. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und schenkten sich nichts. Die Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirmen erlebten ein hochklassiges Fußballspiel, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Reaktionen nach dem Spiel. Nach dem Abpfiff zeigten sich die Trainer und Spieler beider Mannschaften zufrieden mit der erbrachten Leistung. Der slowenische Nationaltrainer Matjas Kek lobte insbesondere die kämpferische Einstellung seines Teams und betonte, dass man auf diesem Niveau weitermachen müsse, um in der EM weiterzukommen. Serbiens Trainer Dragan Stojkovic hat sich positiv über die Teamleistung geäußert und die Bedeutung des erreichten Unentschiedens gegen einen starken Gegner wie Slowenien betont. Auch die Fans hatten Grund zur Freude, obwohl ein Sieg sicherlich bevorzugt worden wäre. Die leidenschaftliche Stimmung im Stadion und bei Public Viewings in beiden Ländern zeigte, wie wichtig dieses Spiel für die Menschen war. Zusammenfassend war das EM-Spiel zwischen Slowenien und Serbien ein echtes Highlight der laufenden Europameisterschaft. Beide Teams haben eine großartige Leistung gezeigt und ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel geboten. Mit dem 1 zu 1 haben sich beide Mannschaften eine gute Ausgangsposition für die kommenden Spiele geschaffen und die Fans können sich auf weitere spannende Begegnungen freuen. Autor Anita Farke, Datum Freitag, 21. Juni 2024